Aus Luft, Rauch, Feuer, ist die erste Grundzubereitungsart der Mainscheid entstanden. Das macht den Reiz aus vom Barbecue. Mein Name ist Philipp Klauser, 2015 bin ich Vize-Barbecue-Weltmeister geworden in Schweden. In der Gastronomie kann man das Barbecue sehr gut nutzen. Machen Sie die Vorbereitungen in der Küche und spielen die Emotionen draussen im Garten bei euren Gästen. Das ist ganz wichtig. Ich empfehle Langarstücke, wie ein Beef Brisket zum Beispiel, könnt ihr wunderbar über die Nacht vorbereiten. Nachhaltigkeit, die Regionalität ist extrem wichtig. Filet kann jeder. Schaut auf ein Stück Fleisch, das eventuell etwas günstiger sind, aber am Schluss zwei Margen bringen. Feuer, Rauch und Luft, das ist bei uns rein. Wenn ihr das richtig in Szene setzt, bei euch auf der Terrasse, dann ist jeder mitgerissen. Wenn ihr noch etwas zeigen, einen Trick an eurem Gast, dann nimmt ihr das nach Hause und er ist happy. Ein gutes Gericht setzt sich mit ehrlichen Zutaten zusammen und Handwerk. Und für mich als Lieblingsgericht, für einen in einer Olma-Bratwurst, das ist für mich die Krönig.